Hallo meine Lieben, hier haben wir eine Drei-Zimmer-Wohnung, eine große Drei-Zimmer-Wohnung in Kestel. Kestel bedeutet fünf Stockwerke maximal hoch. Das ist Bauvorschrift hier, höher geht es nicht. Und diese Wohnung ist 115 Quadratmeter inklusive Balkone und hat, wie ihr seht, eine Extraküche, also einen Raum mit Extraküche. Das hier ist ein Balkon und wie ihr seht, riesengroß. Und man kann vom Schlafzimmer und vom Wohnzimmer hier zum Balkon, den Balkon beschreiten. Und hier haben wir eines von einem Bad und wir haben noch eine Extratoilette. Aber diese Extratoilette ist eine Toilette, von der ich kein Fan bin. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ihr seht, alles modern, gerade mal fünf Jahre altes Gebäude. Der Preis ist 75.000 Euro und in Kestel und hier der Gemeinschaftsparkplatz. Dann haben wir noch den Gemeinschaftspool und wir haben in der Nähe Bananenplantagen, das übliche Kestelbild mit viel Grün außenrum. Und wie gesagt, fünf Stockwerke hoch. Ihr seid im zweiten Stockwerk und wir haben 220 türkische Lira Nebenkosten. Viele verwechseln Nebenkosten, türkische Nebenkosten mit deutschen Nebenkosten. Nein, in den türkischen Nebenkosten ist kein Gas oder Wasser oder Strom dabei. In den türkischen Nebenkosten sind für die 220 türkische Lira, was hier Nebenkosten sind, die nennen sich auf türkisch EIDAT. Das sind die Hausmeistergebühren, Poolreinigungsgebühren, Gärtnerarbeitengebühren, Treppenhaus und Aufzugslicht. Und für all diese Sachen zahlt man Nebenkosten. Und hier haben wir das Wohnzimmer und hier die Aussicht vom Balkon. Zum Strand haben wir ca. 15 Minuten zu Fuß. Und man hat auch kleine Tante-Emma-Geschäfte in der Nähe. Und das ist in Kestel und man hat mit dem Fahrrad zum nächsten größeren Supermarkt etwa 10 Minuten, nicht mal 5 Minuten ca. Und hier das eine Schlafzimmer. Hier das zweite Klo. Wie gesagt, das ist ein Klo, worüber ich oft schon Videos gemacht habe, dass ich auf sowas niemals scheißen kann. Aber manche anderen können das. Ich kann das auf so einen nicht. Und hier haben wir den Gangbereich und ihr seht, also wirklich eine schöne große Wohnung. Also meine Lieben, wer in Kestel eine 3-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen haben möchte, der meldet sich. Und wie ihr seht, Top-Zustand. Und hier haben wir das andere Schlafzimmer. Hier ist der Eingangsbereich. Anderen haben wir aber nicht viel. Ja, das sind halt die gemeinsamen Gemeinschaftsbereiche. Hier die Zufahrt zu dem Haus. Also, in Machmodal gibt es sowas natürlich vielleicht etwas billiger. Aber dann habt ihr aber nicht hier Blick zum Himmel, sondern ihr habt einen Blick zu den Hochhäusern. Das ist halt der Vorteil an Kestel. So, genug geredet. Wer Interesse hat, meldet sich. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Kommt einfach vorbei im Café. Und dann zeige ich euch die verschiedenen Wohnungen. Unverbindlich. Und wenn euch was gefällt, dann langt ihr zu. Wirklich großer Balkon. Den kleinen Balkon habt ihr gerade gesehen. Und schöne Riesenküche. Also wirklich, da passt echt ein schöner Tisch rein. So, von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.